Grüß dich und willkommen zur TAP! Herausforderungen im Dunst des Exams 19, 23, 23 auf der Karte, Ende der Straße, Schwierigkeitsstufe leicht, aber so leicht ist die gar nicht. Und das sind die Regeln, du darfst nur einen Affen platzieren, hast 10.000 Startgeld, ein Start nehmen, das Ganze spielt sich in Runde 40 ab, hier kommt ja der Moab. Affenwissen ist hier deaktiviert und die Gesundheit vom Moab ist herabgesetzt. Okay, los geht's! Hier gibt es verschiedene Lösungen und ich mache das Ganze hier mit einem meiner Lieblingsaffen und zwar dem Sniper. Also, nimm einen Sniper, platzieren hier hin. Und jetzt ganz wichtig, du darfst hier oben auf der ersten Reihe nur die Stufe 2 Verbesserung machen. Jetzt kannst du dein Spiel erstmal laufen lassen. Hier kommen jetzt nach dem Moab ein paar Keramik-Bloons und sobald alle Keramik-Bloons aufgeplatzt sind, nämlich jetzt, machst du hier auf der mittleren Reihe die Stufe 2 Verbesserung und jetzt kannst du dein Spiel auch schnell laufen lassen. Mit diesen Schrapnellgeschossen macht er alle anderen Bloons platt. So, das ist der Sieg. Ich bekomme hier 90 Affendollar und einen Bumerang-Affen mit 0,2,0. Okay, das war's. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ende und aus.